Nachdem Matthew McConaughey sehr viel Gewicht verloren hat, scheint er jetzt wieder zur Normalität zurückzukehren. Aber eine Sache wird wohl nicht mehr normal werden, seine Freundschaft mit Lance Armstrong. Der Schauspieler soll stinksauer gewesen sein, als er hörte, dass sein bester Freund und Champion im Radrennfahren betrogen hatte. Aber dann habe er sich ein bisschen beruhigt und er wurde traurig wegen seines Freundes. Als sich die Wogen geglättet haben, meinte McConaughey, dass er verstanden hat, warum Lance ihm nichts über seine Lügen erzählt hat und dass er das nicht als persönlichen Affront sehen sollte. Nachdem er das Interview mit Oprah gesehen hat, war sich der 43-jährige Schauspieler mit Winfrey darüber einig, dass die Wahrheit Lance befreien wird. Aber er denkt, dass es hart werden wird am Anfang. Matthew meinte, Lance blicke dem Ganzen ins Auge und er werde es schaffen. Und egal wie hart es wird, das Lance bereit dazu ist. Also werden die Dinge doch wieder so wie früher. Nun. Untertitelung des ZDF, 2020